hallo sehr ja es ist soweit das letzte videos road to essen zumindest als community format geht online es wird noch mal eine spezialfolge von mir geben aber das werdet ihr dann schon sehen wenn es auf dem kanal online geht ja wir haben über verschiedene sachen gesprochen was sind die geheimtipps ja und diesmal geht es darum wie bereiten sich meine youtube und blogger kollegen auf die messe vor und dabei war die frage nicht nur ein zwei tage vorher sondern über mehrere wochen teilweise vielleicht sogar monate wie informieren sie sich was neu auf der messe ist und zum abschluss auch noch so ein bisschen ja was sind die erwartung an die diesjährige spiel die ja wirklich unter ganz besonderen bedingungen stattfindet ja zurzeit gibt es auf verschiedenen kanälen formate wo es um essen geht man merkt es ist das event was die community elektrisiert und was alle irgendwie ja auch verbindet am ende muss natürlich jeder selber entscheiden ob er nach essen fährt und wie er das genau macht gerade in diesen zeiten aber ihr euch würde ich auch mal bitten dass ihr in die kommentare schreibt wie sieht eure vorbereitung aus wenn ihr zur messe nach essen fahrt ja aber wie es für einen guten gastgeber sich gehört werde ich aber zunächst erstmal die anderen gäste zu wort kommen lassen und zum abschluss heute dann von mir was ich dieses jahr für die vorbereitung der messe geplant habe sehr matthias ich bin's fabian von game over bread spiele und heute startet die dritte und letzte runde deiner road to essen folgen und du hast wieder mal ganz geschickt drei fragen in eine gepackt die wir beantworten sollen und ja was waren das für fragen zum einen hast du gefragt was wir als vorbereitung machen für die messe wie das da so aussieht was wir am tag oder am morgen vor der messe machen und was unsere erwartungen für die messe sind und das möchte ich jetzt einmal kurz zusammenfassen zur ersten frage was machen wir zur vorbereitung der messe da bin ich mal ganz eigennützig und verweise auf meinen ultimativen survival guide für die spiele messe 2021 den ich gedreht habe oder erfahrt ja alles ich habe das ganze ein bisschen unterhaltsam aufgearbeitet schaut gerne mal rein und matthias du bist ja ein ganz kooperativer ist bestimmt für die leute das video hier irgendwo verlinken damit sie ganz schnell drauf finden und damit kommen wir direkt zur zweiten frage was machen wir morgen direkt vor der messe das habe ich tatsächlich in meinem video noch nicht beantwortet das sind exklusive infos und was ich morgens vor der messe mache damit ich mir keine zerrung hole das zeige ich euch jetzt kurz bevor ich zur messe fahre beginne ich morgens mit einer runde zucker jung die frontheben das stärkt eure schulter und hinteren rücken partien damit ihr ganz gut die spiele ohne euch einen krampf zu holen eine zerrung zu holen von den riesen stapeln runternehmen könnt da empfehle ich euch drei sätze a 15 wiederholungen dann seid ihr da auf jeden fall fit nach dem zucker jung die frontheben kommt das gloomhaven nacken pressen das funktioniert so beidseitig auch wieder 15 wiederholungen a3 sätze die fortgeschritten unter euch brauchen auch nicht krankes löwen nehmen die können die große box nehmen das urgestein von gloomhaven da kriegt ihr einen stiernacken von da könnt ihr auch die schweren tüten den ganzen tag über auf der messe rumschleppen die letzte übung die ich dann mache bevor es dann wirklich auf die messe geht ist der russian twist im nemesis style immer hier links rechts das stärkt euren chor da seid ihr dann stabil das brauchte dann wenn ihr die spiele von dem riesen turm gehoben habt um sie dann auch in eurem bollerwagen oder was auch immer ihr dabei habt mitzunehmen oder jetzt sind ja auch rucksäcke verboten von daher werdet ihr die spiele nicht mehr hinten auf dem rücken tragen sondern die ganze zeit nur noch so vor euch und da ist diese übung natürlich perfekt damit ihr den ganzen tag so rumlaufen könnt das sind meine vorbereitungen kurz bevor ich auf die messe fahre und der letzte teil deiner frage was haben wir für erwartungen an die messe meine erwartungen sind folgendes ich erwarte wieder dass es genauso cool wird wie in den anderen jahren natürlich müssen wir maske tragen natürlich ist es ein bisschen teurer geworden ein bisschen einiges teurer geworden aber das werden wir verkraften nächstes jahr schaut alles wieder hoffentlich dann auch besser aus aber für diese messe erwarte ich mir trotzdem viel spaß trotzdem viele neue coole spiele natürlich den baumstriezel wie es folge 2 erwähnt hat den erhoffe ich mir natürlich auch ganz stark und auch vielleicht viele neue leute kennenzulernen bis sie auszutauschen jetzt auch kennt man ja auch einige von die rex tagen beispielsweise da trifft man sich bestimmt und ja was ich vielleicht noch erwarte ist dass etwas weniger leute da sind also dass die messe dieses jahr nicht so besucher stark wird was aber nicht unbedingt was negatives sein muss ich denke es werden trotzdem noch genug leute kommen damit da ein richtig cooles messe flair entsteht das war's von mir soweit macht's gut bis dann hallo liebe zuschauer hallo matthias wir sind die hausies tanja torsten und familie ente recht und wir haben natürlich zu deinen drei fragen auch unsere antworten parat und zu einer ersten frage wir bereiten uns eigentlich für die messe so anfang oktober eigentlich vor da schauen uns an welche neuheiten das hier in uns welche verlage sprechen ist dies ja vielleicht ganz besonders an wohin und dazu nutze ich seit 2019 die event badger app die funktioniert tatsächlich ganz groß da kann man dann die spieletitel sich dann nach verlagen oder nach titeln alphabetisch anzeigen lassen kann dann da so kleine herzen vergeben so favoriten setzen um die dann also auch später jederzeit wieder zu finden und alle anderen artikel quasi einfach beiseite zu legen die auf der messe da sind was ich dabei gut finde ist tatsächlich auch dass dann da direkt angegeben ist wo der verlag in welcher halle an welchem stand zu finden ist das hat 2019 tatsächlich auch sehr gut funktioniert wir kamen also sehr schnell dahin wo ich hin wollte ja also ist sehr praktisch wenn man dann seinen den hallenplan schon auf dem handy hat ja gut funktioniert man wusste genau wo man da hin muss wenn man da schnell hin will weil vielleicht ein titel schnell weg ist ja und ja zu der nächsten frage was machen wir haben morgen davor ist einfach ganz klar zu beantworten wir packen uns immer eine kleine tasche und da gibt's natürlich essen und trinken was wir uns mitnehmen und damit wir auch über den tag kommen und das ist eigentlich eines der wichtigsten zubehöre die weil wir mit haben ja was ich dabei sehr schön finde ist der rucksack am anfang wenn wir hinkommen ist voll mit getränken und essen und das wird dann im laufe des tages anders da der rucksack bleibt immer gleich voll aber getränke und essen wird weniger dafür kommen da spiele rein also das funktioniert sehr gut ja das ist das was wir so machen ansonsten ist so was haben wir für eine erwartung hast du gefragt eigentlich wir sagen in diesem jahr die erwartung wir haben keine große erwartung weil wir lassen uns einfach überraschen wir haben letztes jahr die spielmesse total vermisst dieses vor ort sein dieses gefühl durch die halle zu gehen sachen zu entdecken die man vielleicht übers internet nicht entdecken kann einfach dieses vor ort sein das komplette ambiente die atmosphäre einfach leute sehen gesehen werden mal hallo sagen genau alte bekannte wieder treffen also das ist einfach immer so ein feeling und bei uns ist natürlich auch ein heimspiel deswegen sind unsere vorbereitungen natürlich auch ein bisschen geringer als bei den ein oder anderen weil wir halt in essen wohnen ist für uns halt etwas leichter alles und ja wir haben also die erwartung nicht so hoch weil wir uns einfach freuen es geht wieder los es geht weiter und wir lassen uns einfach überraschen was da auf uns zukommt richtig ja und in diesem sinne weil sieht sich ja hoffentlich und ja wir freuen uns den ein oder anderen zu sehen und wir sagen viel spaß auf der messe hi wir sind die brettspielgare ja danke matthias für die neute einladung ja zu deinem tollen format wir freuen uns wieder dabei sein zu dürfen und diesmal ging es ja um die vorbereitung zur messe ja und beim ersten messebesuch waren wir gar nicht vorbereitet voll überfordert war aber ein cooles erlebnis ja aber ja wir wussten ja auch gar nicht was da auf uns zukommt und so und waren völlig erschlagen von den ganzen spielen die es da gibt und ja konnten natürlich auch gar nicht alles angucken und deswegen machen wir es jetzt immer so dass ich mir halt vorher auf boardgang geek die komplette liste dann angucke was es für spiele alles gibt und dann filtern wir schon mal was wir uns angucken was uns so interessiert und dann machen wir uns auch genau die pläne an welchen tagen gehen wir wohin zu welchen verlagen und so weiter und das klappt eigentlich ganz gut ich selber kümmere mich um die taschen da haben wir schon ganz viele schiene taschen und richtig großen rucksack eine kajong tasche ein paar taschen nehmen wir auch noch mit so einfache rucksäcke damit wir einfach alles schleppen können und einen coolen trolley haben wir uns auch gut der wird mich auch jetzt noch schön unterstützen ja ist aber auch wirklich sehr wichtig dass man gute taschen hat es ist nicht zu vernachlässigen auf jeden fall das einmal ganz kurz zu unseren vorbereitungen zur messe wenn ihr das ganze ein bisschen ausführlicher euch anschauen möchtet wir haben selber ein special zum spiel hochgeladen da reden wir auch über dieses thema und erzählen noch ein paar mehr sachen ein paar mehr einzelheiten ja dann hat matthias ja noch gefragt wie der tag vor der messe so abläuft ja bei mir ziemlich entspannt bei mir nicht ich kann auch nachts überhaupt nicht schlafen ich meine wir reisen ja schon den tag vorher an sind dann im hotel und so weiter also wenn es nach mir geht könnte auch schon 0 uhr ist losgehen und ich bin dann da und ich kann auch morgens nicht schlafen ich kann auch nichts essen ja ich bin immer sehr entspannt ich gerne nur noch mal frühstücken im hotel und alles ja und famila ist da können wir losfahren können wir losfahren komm wir müssen losfahren wir müssen einen parkplatz kriegen genau das kriegen wir keinen parkplatz jetzt kommen wir nicht rein ja gut so ergänzen wir uns ganz gut oder gleichen uns gegenseitig so ganz gut aus ja zu guter letzt möchte matthias ja noch wissen wie unsere erwartungen zu spiel sind und die spiel ist ja für uns quasi ein doppeltes weihnachten deswegen sind wir natürlich voller vorfreude und freuen uns auf ganz viele dinge ja wir freuen uns auf tolle neuheiten aber auch auf coole promos ne und ansonsten freuen wir uns vielleicht einen anderen verlag mal ein bisschen mehr kennenzulernen ne und auch ja alte bekannte zu treffen und auch freunde oder auch neue bekannte ne also wenn ihr uns seht auf der spiel gerne mal anquatschen würden wir uns freuen ja und ansonsten ganz viel spaß und ja wir freuen uns einfach da zu sein ne ja ja das wird sicherlich eine ganz tolle zeit in diesem sinne alle vier brettspiele matthias du wolltest wissen wie man sich auf die spiel vorbereitet und ich bin gespannt was der ein oder andere hier so erzählt aber ich verrate natürlich nichts es ist ein geheimnis und ich werde dieses geheimnis nicht preisgeben bis dann nein quatsch spiel vorbereitung ist halt also man kann man kann sich auf die unterschiedlichsten arten und weisen vorbereiten ich mache immer ich gucke natürlich auch die ganzen youtube kanäle die großen die ja für die großen kanäle diese diese vorschauen machen das immer ganz interessant ist aber auch dann teilweise mehr eher so eine bestätigung weil ich hauptsächlich meine informationen aus der board game geeks seite und den dort gelisteten spielen beziehungsweise auch den den internetseiten der verlagen direkt ja ein hole die informationen also es gibt immer so eine kleine spiel preview liste die sozusagen nach und nach gepflegt wird auf board game geek das ist immer ein ganz cooler anhaltspunkt da kann man auch dann immer anklicken ob man sich dafür interessiert oder nicht interessiert oder ob das ein must have ist und so da kann man sich eine kleine schöne liste machen dann gucke ich mir auch immer gerne die die board game geek seiten der verlage an und da auch die linked games die ich dann nach jahr sortiere und dann gucke ich auch immer okay was haben die denn das schon so gelistet ist natürlich schwierig weil man immer nicht so genau weiß kommt das spiel dann wirklich zu spiel oder es ist irgendwie nur eine demo oder was auch immer aber so eine grobe liste mache ich mir dann irgendwie in excel verlinkt mir die games habe dann so ein farbcode ob ich das sehr sehr interessant finde oder nicht so interessant oder vielleicht habe ich es auch schon vor bestellt und dann muss ich mir auf der messe ja auch noch kaufen und ja so so sieht dann so die die grobe vorbereitung aus und dann 14 tage vor der vor der spiel kommt ja auch noch der spiel guide da gibt es dann auch noch mal ein paar informationen dann kann man sich vielleicht auch ja schon so einen kleinen heilen plan so ein laufplan machen wo man vielleicht am ersten tag an am liebsten hin möchte es gibt natürlich auch so das ein oder andere spiel was dann ziemlich gehypt ist wo man aufpassen muss weil die auch erste auflage so klein ist dass man auch noch ein exemplar bekommen da rennt man dann irgendwie als erstes hin ja aber am coolsten ist es eigentlich sich überraschen zu lassen auf der spiel die kleinen schätze zu entdecken und nicht nur die großen verlage abzuklappern sondern ja in den hallen wo auch die kleinere verlage sind da die schätze zu entdecken und das sind die spiele die man einfach am anfang oder vor der spiel gar nicht auf dem zettel hat und haben kann und da deswegen gehe ich eigentlich hauptsächlich zu spiel die ganzen anderen großen spiele kann man sich auch bestellen da muss ich eigentlich theoretisch auch nicht auf die messe für gehen und welche erwartungen habe ich an die spiel eigentlich habe ich gar nicht so die hohen erwartungen ich erwarte dass es ein bisschen leerer wird als letztes mal ich hoffe dass einigermaßen viele verlage da sind ein paar von denen weiß man ja schon dass sie nicht da sind aber das ist auch nicht so wild und ich hoffe einfach ich habe die erwartung einfach sehr sehr viel spaß zu haben und vor allen dingen habe ich die erwartung nach der spiel in der woche ordentlich mit richtig richtig vielen coolen spielen hier zu sitzen und die auszuprobieren und ja so ein richtig positives fazit ziehen zu können was diese messe angeht ja und ich bin einfach gespannt wie das so wird donnerstag bis samstag bin ich da am start und ja das war es eigentlich so von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen tag spielt ordentlich bleibt gesund und bis bald hallo ich bin christoph von beta board games und freue mich immer noch riesig auf die spiele in essen ja vorbereiten bohr ich mache mir mal super viel gedanken und im endeffekt mache ich dann doch alles anders als gedacht man schaut natürlich vorher welche spiele interessieren ein welche verlage will man abklappern und wen will man auch treffen aber es geht ja auch darum bei uns vor allem auch ein bisschen was zu berichten und da macht man sich schon gedanken was will ich eigentlich filmen was muss man dafür aufnehmen und vor allem welches equipment packt man ein darf natürlich so wenig wie möglich also vor allem ton ist immer eine ganz große herausforderung so messehallen da habe ich auch noch nicht perfekte lösung gefunden filmen ja leichte kamera und ein einbein stativ hatte ich zuletzt bin mir nicht sicher vielleicht schwenke ich jetzt doch mal auf ein handy um und einfach so ein mini gimbal ton ist halt die herausforderung vor allem wenn man noch leute aufnehmen will und seinen eigenen ton so da habe ich jetzt auch so die eine oder andere idee was man auf jeden fall immer einpacken muss ist genug zu trinken und zu essen und auch ein bisschen desinfektions gel der erste messetag der ist für uns wahrscheinlich immer so ein bisschen was anderes weil wir nämlich am mittwoch häufig schon vor ort sind da ist die pressekonferenz die ist jetzt nicht das spannendste aber danach gibt es halt die neuheitenshow und was noch spannender ist bis jetzt war es in den letzten jahren immer so dass man schon in die halle konnte während alle noch am aufbauen sind und das hat natürlich einen vorteil wenn da keine zuschauer oder sonstiges publikum sind dass man eigentlich jedem über den weg läuft also an dem tag kriegt man so gut wie alle einmal mit hallo abgefrühstückt und das macht einen besonderen reiz aus ich habe gehört dieses jahr wird das nicht gehen das wird schade ja ansonsten freue ich mich darauf auf jeden fall wieder viele leute zu treffen vielleicht auch euch zu treffen und mal hallo zu sagen deswegen ich freue mich drauf und bis bald ciao hallo liebe freunde und freunde der brett spiel ich bin andré von auf den tisch und ich freue mich hier auch beim dritten teil der road to essen von matthias bei kobo hier dabei zu sein und diesmal geht es um meine persönliche vorbereitung und auch was meine erwartungen an die messe in diesem jahr sind kommen wir erst mal zu den vorbereitungen die ich immer so treffe ich bereite mich sehr detailliert vor wenn ihr mal meine urlaubsplanung für japan sehen würdet das ist auch immer als wenn ich da als reiseleiter unterwegs wäre und ein bisschen so ist es auch für mich bei der spiel in essen ich bereite mich sehr gründlich darauf vor ich schaue mir ganz viele news im vorfeld an also gerade auch bei der brettspiel box von christoph da schaue ich sehr viel rein der stellt ja so die einzelnen verlage von was die halt eben bei das spiel veröffentlichen wollen aber natürlich auch viele verschiedene youtube kanäle schaue ich mir in der zeit vorher an im deutschen wie im englischen da gibt es ja ganz viele ja vorschau videos einfach auf die messe wo ganz viele sachen einfach kurz vorgestellt werden und da ziehe ich vor allem erstmal raus was könnte mich denn erstmal so grundsätzlich interessieren ich recherchiere dann auch manchmal noch bei board game geek ein bisschen nach dem einzelnen spiel auch auf den homepages oder den social media kanälen der einzelnen verlage schaue ich dann mal nach ja und dann mache ich mir im grunde genommen eine liste an spielen die ich mir dann anschauen möchte gucke auch vorab schon mal was kosten die vielleicht auch so bei meinem lieblingshändler wo ich gerne bestelle und schaut dann einfach sobald das verfügbar ist an welchem stand ist der verlag dann präsent und dann mache ich mir schlicht und ergreifend eine richtige tabelle mit den spielen und schreibt dann halt eben mit rein welcher verlag ist das an welchem stand ist das was kostet das und auch noch so ein bisschen kategorisiere ich das auch noch für mich weil also so zwischen must have da weiß ich das will ich auf jeden fall kaufen bis hin zu oder weiß ich gar nichts darüber das muss ich mir wirklich erstmal anschauen um dann einfach für mich an den messetagen zu schauen okay was ist jetzt für mich wichtig und was ist nicht ganz so wichtig und denn man muss auch einfach sagen tatsächlich auch bei vier tagen wird man nicht immer alles angucken können deswegen muss man sich da so ein bisschen schwerpunkte tatsächlich auch setzen und ja das hilft mir da einfach sehr gut bei und sobald die hallenpläne dann von der messe veröffentlicht wurden mache ich mir tatsächlich auch die mühe und bearbeite die hallenpläne so für mich dass ich sofort sehe zu welchen ständen ich dann halt eben auch hin möchte und ja aber so ein paar sachen kommen natürlich auch einfach nur spontan während der messe mit dazu das muss man schon sagen an den einzelnen messetagen schaue ich zu dass ich morgens was kleines frühstücke und mich gut mit koffein voll lade gut zu trinken und auch zu essen mitnehmen damit ich das den tag über verfügbar habe und dann geht es möglichst früh einfach zur messe rüber um einen guten start zu haben in die hallen und ja meine erwartungen dieses jahr für die messe sind erstmal dass ich nicht so richtig weiß was ich erwarten soll ich glaube es könnte etwas weniger voll sein einfach aufgrund der begrenzung der teilnehmenden zahl so wie das bislang ausschaut und ich bin halt auch sehr gespannt wie das dann sein wird da die vier tage die ganze zeit mit maske rumzulaufen außer im außenbereich das wird sicherlich ein bisschen anstrengender aber am ende überwiegt für mich einfach total die vorfreude auf die messe denn es ist ein riesiges brettspiel fest mit ganz ganz vielen leuten und ich glaube auch mit maske wird das am ende gut funktionieren und ich freue mich jetzt riesig darauf und hoffe dass ich auch einige von euch dann auf der messe sehen werde und bis dahin sage ich bis bald und ciao so da waren ja wieder einige gute tipps dabei und wahrscheinlich gibt es auch wieder ein paar doppelungen bei mir ist es so es gibt für mich zwei ganz große schritte man kann natürlich ganz früh anfangen und sagen man besorgt sich irgendwie ein zimmer und ein hotel so dass man irgendwie übernachten kann klar ja aber ich habe mir gedacht ich konzentriere mich auf zwei punkte bei meinen vorbereitungen und da gibt es zum einen eine seite bei board game geek wo man alle neuerscheinungen sieht dieses 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 jahr auf der messe gibt so hier haben wir die seite ihr könnt bei google auch ganz einfach eingeben spiel 2001 preview board game geek oder geht halt bei board game geek rein und sucht sie dort direkt genau und dort habt ihr eine list ihr seht hier sind aktuell 362 titel drin das sind alles neuerscheinungen bzw spiele die jetzt auf der messe essen präsentiert werden sollen und manchmal ist es sind das spiele wo man dann sagen kann okay die die kenne ich doch schon vielleicht ist dann eine andere sprache in denen es jetzt der es jetzt auf den markt kommt genau dann seht ihr hier die spiele hier steht jetzt self-published deshalb ist das hier vorn gelistet dann habt ihr hier die verlage hier to tomatoes games for universe dann habt ihr hier die spielnamen die üblichen daten die man halt so von board game geek kennt dann auch mit dem preis der damit angegeben ist das muss nicht zwangsläufig der auf der messe sein ist meist so der uvp und dann hier unten haben wir welche mechaniken dazu gehören und wenn ihr mehr informationen wollt könnt ihr noch hier drauf klicken da stehen noch mehr mechanismen mit dabei genau und dann eine spielbeschreibung in der regel die dann auch wie vom publisher insgesamt ist genau so und dann könnt ihr wenn ihr eingeloggt seid so wie ich hier draufklicken not interested kein kooperatives spiel finde ich also in dem moment nicht so spannend ihr könnt hier auch filtern ja und euch dann raussuchen was genau ihr haben wollt na und ich klicke dann erstmal not interested interested kooperatives spiel aha das klingt interessant zwar nur französisch und englisch wenn ihr jetzt auf der spiel seid seht ihr wie es die verfügbarkeit ist es gibt es noch nicht zu kaufen sondern man kann es anspielen als demo cool packe ich bei mir auf interested so cascade habe ich schon brauche nicht mit draufklicken so und so könnt ihr diese liste nach und nach führen geht die ganzen titel durch sind natürlich bei 362 einige und es werden auch noch welche dazukommen also selbst in der woche davor kommen immer noch ein paar einzelne ja mit dazu meistens findet die eigentlich auch dann noch mal eine information an welchem stand ihr die spiele findet also manche publisher geben das mit an das könnt ihr dann auch hier finden war zumindest in den letzten jahren so wenn ich mich nicht irre ja und wenn ich dann werdet ihr meinen zweiten tipp dann verwenden können um die spiele zu lokalisieren also das ist für mich eine der wichtigsten seiten wo ich mich informiere okay welche spiele kommen dieses jahr auf der spiel welche kann ich anspielen ja und das ist denke ich auch für euch ein ganz guter tipp wenn ihr die liste noch nicht kannte dort mal vorbeizuschauen um das so ein bisschen ja zu koordinieren was ihr euch anschauen wollt was schon geht was als demo habt und was man vielleicht sogar vorbestellen kann ja diese liste eignet sich für mich ganz hervorragend um sich vorzubereiten und ich finde das immer ganz spannend dann dort zu sehen wie auch neuheiten dazukommen also ich fange schon einige monate teilweise vorher an wenn die ersten sachen gelistet sind immer wieder zu gucken und wie sagt durch die reiter könnt ihr genau schauen was ihr dort sehen wollt für mich halt kooperative titel mein zweiter tipp dreht sich rund um die seite brettspiel box nämlich der christ der macht sich immer eine riesen arbeit die messe präsentiert euch halt auf ihrer seite lagepläne mit den verschiedenen buchstaben aber ihr müsst dann normalerweise dann in das in den guide gucken und das irgendwie zuordnen und für mich ist immer ein festes ritual eine woche vor messebeginn lade ich mir die pläne runter hol mir die textmarker und fang an zu markieren wo sind jetzt also die spiele die ich mir weil der board game geeks seite rausgesucht habe und an welchem stand werde ich sie finden so kann ich ganz gezielt rumlaufen damit verbringe ich meist auch meinen ersten tag also chris an dieser stelle mal vielen dank dafür dass du das machst dass du dann die namen direkt in diesen plan einfügst so dass man nicht diese diese übertragung machen muss so kann man einfach nur diese pläne nehmen und auf die messe gehen ich habe die dann mal so zusammengetackert hat man dann die einzelnen hallen und so weiß ich wo ich was finde das ist super hilfreich gerade bei den kleinen verlagen die halt nicht so große stände haben denn in der messe gehen die dann halt auch manchmal ein bisschen unter so bringe ich eigentlich in der regel meinen ersten tag zu und danach wenn ich diese sachen abgeklappert habe ich mir fest vorgenommen habe schlendere ich meist am letzten tag ein bisschen umher oder manchmal auch am ende des tages und lasse mich so ein bisschen treiben und schaue was es alles so gibt mir macht es aber richtig spaß mich darauf vorzubereiten die vorfreude wird immer richtig groß wenn ich diesen plan ausgedruckt habe und dann mit dem markern anfrage meine orte raus zu suchen und auch wieder festzustellen wo ist der strizel stand ja mit dem leckeren kaminstriezel wenn ihr nicht wisst was damit gemeint ist schaut euch unbedingt das letzte video an ja und das ist echt eine riesen hilfe also danke noch mal chris dass du das immer wieder machst ich hoffe wir haben eine schöne messe in essen ich muss ganz ehrlich sagen ich weiß persönlich noch nicht ob ich hinfahren werde ich werde es abhängig machen wie der wie die inzidenz aktuell ist denn am ende ist es ja nicht nur eine persönliche entscheidung auch das umfeld ich habe meine oma hier die eine wohnung bei uns mit hat die natürlich absolut zur risikogruppe mit gehört die ist 92 jahre alt und ich habe meine beiden kleinen kinder die halt auch noch nicht geimpft sind und ja da muss jeder am ende für sich entscheiden und ich werde gucken wie sind die inzidenzwerte dann und spontan entscheiden ob ich hinfahre oder nicht hinfahre in der hoffnung dass es noch karten gibt gibt es keine karten mehr dann freue ich mich für die messe dass sie so viele besucher haben werden und komme dann halt im nächsten jahr wieder ich hoffe jedenfalls für alle die hinfahren dass ihr viel viel spaß habt coole sachen entdeckt und ich bin auch sehr gespannt auf den austausch danach welche spiele haben sich bewährt welche spiele sind vielleicht irgendwie flops geworden weil man sich mehr erhofft hat ja was bleibt mir am ende noch zu sagen ich will noch mal darauf hinweisen auf die anderen community formate von der brech spiegarde von den houses von better board games ja von der mibel queen da gibt es unzählige sachen schaut da unbedingt mal rum auch bei instagram ist da viel zu finden wo die leute da zusammen hocken und ganz zum schluss möchte ich noch mal sagen vielen lieben dank für all die youtuber blogger die hier mitgemacht haben bei dem format für all die tollen nachrichten die ich bekommen habe für die kommentare und vielleicht kommen noch ein paar dazu es hat richtig spaß gemacht und für nächstes jahr werde ich mir in dem zusammenhang wahrscheinlich auch noch mal was überlegen also dieses community format wird sicherlich sein revival finden ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis dahin ciao